Oh mein Gott, wo sind wir hier? Hilfe! Oh! Nein, bitte meine Güte, meine Güte! Oh mein Gott! Double up, fertig! Oh mein Gott! Oh, kein Skill mehr! Hilfe! Wie viele kommt der da noch? Double up, fertig! Oh! Und damit herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2 im Online-Modus. Holla, die Weidfee. Ich dachte jetzt nicht, dass es hier so viel Action-Dreck gibt. Ich habe jetzt direkt die Aufnahme angeschaltet. Ich habe den halben Kampf eigentlich verpasst. Oh mein Gott, ey, erstmal plündern. Ihr seht, ich habe einen neuen Charakter. Ich hatte schon mal einen Charakter auf der Playstation. Ich hätte nicht gedacht, dass es gleich so chaotisch hier durchstartet. Hier haben wir noch irgendwann eine Leiche liegen, die ich plündern kann. Ich glaube mit dir aber nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier mit der Steuerung auch hier losgeht. Hier kann ich anvisieren. Tabulator ist das. Wir haben gut Munition weggeschossen. Du kannst du zielen. Und ja, ganz ehrlich, ich glaube, ich brauche hier nichts weiter zu Red Dead zu sagen. Ist bekannt. Ist im Prinzip GTA Online nur mit Western, Cowboy. Ist, finde ich, auch in vielerlei Hinsicht besser als GTA Online. Allein von dem her sieht man die Landschaft. Na, ist halt wesentlich. Oh ja, jetzt geht der Online. Da brauchen wir ja jetzt mal, na, nichts weiter hier zu sagen. Und ja, jetzt haben wir das Jahr 2022. Und ich dachte mir, oh, ein Stück. Stink dir. Man könnte ja mal hier, hier, hier mal wieder reingucken. Aha, habe ich erwischt. Bisschen Restskill ist noch vorhanden. Natürlich habe ich lustigerweise mehr Skill auf dem Controller. Und ja. Ich würde sagen, wir durchstreifen hier mal die schöne Welt von Red Dead Online. Und Slup. Einmal Fällchen mitnehmen. Das Türchen nehme ich auch mal mit. Und ja, ich könnte mal gerne in die Kommentare schreiben. Seid ihr ein Fan von Red Dead Redemption? Vom Western allgemein? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin eigentlich von ziemlich allen Sachen begeistert, die alt sind. Ich mag Mittelalter. Ich mag Western. Ich mag so ziemlich alles, ganz ehrlich. Und ja, eigentlich sollte ich auch noch... Wir reiten übrigens gerade hier, hier zu diesem... Äh, nicht, falscher Ort. Zu Blackwater. Und eigentlich... Howdy? Eigentlich sollte ich auch irgendwie noch ein anderes Pferd haben. Natürlich kann man auch hier in Ego-Sicht gehen. Third Person. Und natürlich noch mal ein bisschen weiter weg. Zoom geht auch. Und ganz weit weg auch. Ich bin am liebsten in der Zweihandsicht. Ich kann hier dann natürlich auch so ein Revolver auswählen und alles mögliche. Ist wirklich ein absolut schönes Game. Man hat ja auch ein Level-System. Man ist hier unterwegs mit anderen Leuten. Man kann auch, so weil ich verstanden habe, nur den Online-Modus kaufen. Das habe ich jetzt hier gemacht. Ich besitze ja das vollwertige Spiel. Auf der Playstation 4 damals. Und hier habe ich nur den Online-Modus, weil brauche ich halt nicht nochmal das komplette Spiel. Und ja, ich muss erst mal gucken, wie hier alle funktionieren. Die Karten hier muss ich auch nochmal gucken. Weil da kann man auch Attribute reinmachen, wie schneller schießen, bla 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 bla. Wir sind jetzt schon Level 4, weil wir gleich zu Anfang eine riesige Schießerei hatten. Das Tutorial habe ich mal gekonnt übersprungen, weil brauchen wir nicht. Und ja, das hier ist unser lahmer alter Gaul, den jeder kostenlos bekommt. Normalerweise sollte ich noch irgendwie so ein Paket haben, wo ein Pferd dabei ist. Es sei denn, das haben sie mir auch zurückgesetzt. Das war echt schade. Nur weil ich halt die zwei Versionen hatte. Na, bin ich unter Verdacht gekommen. Äh, der könnte schieben. Ja, ich reg mich da nicht weiter auf. Ich reg mich da nicht weiter auf. Ich hatte Bock auf Western. Ich hatte Bock auf meinen eigenen Charakter im Western. Und so gucken wir mal durch. Ah, ah, okay. Mittlere Maustaste war das. Mittlere Maustaste steigt mal ab. Und auch Dead Eye war wahrscheinlich dann auch. Mittlere Maustaste war das. Die war Dead Eye. Ich glaube, Dead Eye haben wir noch gar nicht freigeschalten. Nein, nicht essen. Okay, dann, dann ist es. Na gut, dann hier. Ich muss nochmal ein bisschen essen. Sammeln wäre im Normalfall schöner. Ein paar Blümchen einstecken. Und ja, ich muss nochmal gucken. Welche Tasten wir da alle drücken können. Irgendwo müsste es auch ein Auswahlmenü geben. Wo wir unser Pferd uns weiter auswählen können. Und ja, unser Ziel erstmal ist, nach Blackwater zu kommen. Wir wählen hier unsere Waffe aus. Ruhig brauner. Wir sehen auch noch, noch, so hat mich das Spiel hingedaddelt mit diesem Outfit. Hui, sorry mein Pferdchen. Also nicht wunderbar, warum ich so, so duselig hier aussehe. Das Spiel hat mich so gekleidet. Ich habe mich nicht dafür entschieden. Na komm, na komm. Kleiner Fratz. Gibt ja natürlich auch, soweit ich weiß noch, Schnellreißung, plipla, blub, blub, blub. Fuck, Y. Irgendwo gab es doch eine Menü-Taste. Ah, Tasche haben wir auch. Das sehen wir die Sachen, wo wir jetzt von den Banditen haben. Goldzahn beispielsweise. Platino-Ringe und, 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 und. Und, aber das will ich doch gar nicht, weiß. J, nein. Was, K, L? L. Ah, okay. L-Spieler. Und hier seht ihr die ganzen anderen Spieler, die hier rumdümpeln. Sind hier, ja, 24 Momentan. Das ist gleich wie ein GDA. Ah, angeheftet. Ich habe keine Einträge. Protokoll, auch nichts. Trupp, könnte ich erstellen. Rebus. Lager und Immobilien. Haben wir nichts. Stall. Pferde. Pferde im Besitz. Keins. Ich besitze keine Pferde. Ich muss mal gucken, weil eigentlich sollte ich was in einem Pack haben. Spezialisierung. Okay, kann man auch gucken. Ich bin jetzt hier Plank. Fahrzeuge gibt es jetzt auch. Da sind die Kutschen drin. Ah, hier, 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 hier. Na, komm. Schnell beitreten. Online Optionen. Was kann man da gucken? Ah, da kann man die ganzen Missionen, Schlachten und so weiter und so fort machen. Wir reiten erst mal ganz normal nach Blackwater. Wir hatten am Anfang jetzt gerade hier schon ein bisschen Personal Action. Nichts, wie gesagt, der Mythengabe kann man sich da immer rufen lassen. Der kommt immer. Der muss man auch nichts zahlen. Im Prinzip, klar, ein bisschen pflegen wäre auch nicht schlecht. Nicht, dass er nach der nächsten Biegung schon nach Valhalla fährt. Weil Valhalla wäre eigentlich auch was, wo wir nochmal reingucken müssten, weil das so viele Updates schon rausgekommen sind. Aber ich habe leider immer so wenig Zeit, das ist fürchterlich. Weil das ist ein Spiel, wo man richtig sich reinplupsen lassen muss. Das ist lange, das da auch eigentlich. Aber ich hatte jetzt so Bock auf, mal wieder in so ein Westerngebilde reinzugucken. So, über Läden brauchen wir nix. Warum wird der mir so angezeigt? Ist ja auch keiner. Wir laufen mal zur Postmeisterei hier vorne. Und POW! Hat geschlossen. Okay. Geh mal hier hin. Lieferungen abholen. E. Okay. 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 Munition. Munition. Bezahl Pferdearznei. Ah, da sind die ganzen Geschenke Wund. Munition, 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 Munition. Und Brief und Grips. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir doch zwei, drei Sachen hier bekommen. Noch mal gucken. Was war das? Ja. Haben wir jetzt, jetzt, wir haben ja andere Sachen hier bekommen. Inventar, nee, B war das, Tasche. Okay, Arznei, Katalog, da können wir Sachen direkt bestellen. Ja, das Zeug, Brief. Ja, das Zeug, Brief. Boah, ist das geschmiert. Das kann ich gar nicht lesen. Ich glaube, da gab es auch eine, eine, eine. Umdrehen. Okay, das ist nichts zu sehen. Zurück, erlesen. Man kann auch er einfach drücken, ne? Hier wird es dann direkt übersetzt. Cool, das ist natürlich so, wenn man es so lesen könnte, aber das ist jetzt zu sehr geschmiert. Ups, nee, B. Call to Arms. Telegramm, Telegramme, nee, das ist nix weiter. Das ist nix weiter, die kann man sich halt nur nochmal hier durchlegen. Okay. Da vor uns. Habe ich jetzt eine Mission auszusehen aktiviert? Ähm. Ich glaube, ich habe eine Mission auszusehen. Hoppla. Ich hoffe, ich störe hier oben nicht. Centenies. Ich habe auch eine Mission aktiviert. Ich hoffe, ich störe auch hier oben rechts nicht. Gebt dich nach Centenies Ost. Das Centenies war ich eigentlich noch nicht. Wir haben da noch gar nichts. Sieht aus wie der letzte Bimbo, hab fast keine Waffe, wir haben nix. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir hier machen müssen. Ich habe einfach auf eine Mission gestanden. Leben 2 steht auch oben rechts. Okay. Ich habe keine Ausrüstung, nichts und Dreck in deine Mission. Ich habe keine Ausrüstung, das ist auch eine Mission. Auf ihrer Reise und erledige sie. Na, das kann ja heiter werden. Das kann ja heiter werden. Das ist ein klapprig. Ein klappriges Viech. Was ist das hier für ein Hinterhof, ey? Den Arsch will ich nicht ansehen. Ey, ich bin ja der Arsch. Wow, das liegt da hinten. Das ist doch die Zielperson. Das ist doch geil. Ist das die Zielperson? Blinken tut er zumindest, ne? Blinken aber mehr. Ist das so ruff? Ne. Der ist es auch nicht. Das Spiel würde ich schon sagen. Ich bin richtig fit. Ich hoffe noch. Was konnten wir hier nehmen? Oh. Flusserei. Oder ein Bier. Ein Bier, was ich gesagt habe. Leer schmecker. Das sind Mäuse. Hier ist eine verschlossene Tür. Da scheint das auch nicht zu sein. Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt sind wir hier wieder auf hier vorne. Trägt eine Augenklappe. Gestreifte Kleidung sowie Zylinder und Sporen. Augenklappe, Zylinder. Das müsste ja auffallen. Oh, oh. Jetzt wurde der Suchkreis verkleinert. Oh, wie zum Video unten. Darüber müssen wir. Er hat sich bewegt, die Person. Durch die Tür. Pow. Durch die Tür. Pow. Durch die Tür. Pow. Durch die Tür. Alles gut, Leute. Schön. Bei mir auch. Hello, there. Hello, there. Bye. Zylinder und Augenklappe. Das müsste doch auffallen. Oh, 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 oh. Was ist denn hier oben? Hier leuchtet was? Ne, hier kann man glaube ich nur was durchsuchen. Ja, gut. Schrank durchsuchen geht auch nicht, wenn man was da vorstellt. Okay, also die Person bewegt sich. Aktiv. Zylinder. Der hat eine Melone auf. Ja, alles gut. Da ist er. Oder? Ja. Geh mal ums Eck. Hopp, Junge. Geh mal ums Eck. Alles gut, ne? Wir haben hier kein Problem. Shit. Er schießt nicht jetzt. Junge, schießt nicht auf mich. Lol. Blündern, eh. Und jetzt Abfahrt. Das lief nicht so gut geplant. Abfahrt. Komm her, Fertchen. Komm her. Die Busch, die Busch, die Busch. Die Busch. Lass mich doch aufreden. Lass mich doch alle fliegen. Out, 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 out. Lass mich jetzt wieder. Fertchen, komm doch her. Ah, oh shit, jetzt habe ich den armen Harry getroffen. Der armen, tut mir leid. Tschüro, Nebo. Schnell, 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 schnell. 45 Cent Kopfgeld. Können wir noch leben damit. In die Landschaft. Oh, oh, shit, die Arena. Nein! Respawn. Wir haben zwei Leben. Wir haben zwei Leben. Ist vollkommen in Ordnung. Fertchen, komm her. Ich glaube, ich komme auch unendlich gegen. Achso, die gehören zu dem. Achso, okay, okay, okay. Das ist unendlich. Hallo, Renndor, du blöde Pferd. Ja, genau. Ich hätte direkt weggehen sollen. Ach, Mann. Komm her, Pferdchen. Ich bin hier eingerossen wie so. Mit Controller definitiv viel da einfach. Für den Anfang. Ich habe es ja die meiste Zeit auf dem Controller gespielt. Schnell, 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 schnell. Jetzt bin ich halt zweimal gestorben. Jetzt dürfen wir gar nicht mehr sterben. Mein Pferd geht es auch gar nicht gut. Deswegen kann ich auch nicht mehr weiter reiten, weil es komplett leer ist, Pferd. Hier ein Apple, mein Junge. Und wir waren schon zunahm. Ja, jetzt, jetzt kommen wir wieder rein. Guten Tag. 0,32 Gold. Wow. Fünf Schutten gesucht, Mann. Wo war der Typ? Und plötzlich ist er vor uns gespawnt. Gefühlt. Fürchterlich. Wir haben jetzt gerade 78 Dollar bekommen. Wisst ihr, wie viel das ist? Das ist viel Vorteile. Okay, gucken wir erstmal da rein. Ah, okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Hier, 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 Angebote und Belohnungen. Die muss ich nämlich erst abholen, meine Sachen, wo man abkauern und angeknüpft sind. Und ja, das werde ich, glaube ich, mal machen, soweit. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.